Midwich! Hörst du diese Irenen heulen? Ich hab doch gesagt, die Sirenen kommen immer am Anfang, ne? Du hast recht. Jetzt weißt du ja auch warum, wir haben ja den Film gesehen, der dir nicht gefallen hat, was ich nicht verstehen kann. Ich hab gleich ein Totem gefunden von ihm, am Leuchten das. Warte mal. Das ist die Jägerin mit einem speziellen Skin. Boah. Das ist doch neu, oder? Der Sound. Nee, das ist halt, wenn die einen speziellen Skin hat, dann hat die diesen Sound. Scheiße. Aber das ist creepy. Finde ich jetzt. Auf jeden Fall. Ist sau laut. Seid ihr unten oder oben? Ich bin oben! Unten! Oben! Rechts! Links! Kein Brett! Alles klar. Gib mir Brett! Wehe, 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 wenn ich hier das Ende sehe. No Brett today! Alter, es ist aber auch zum Mäuse melken! Wie viele Klassenzimmer dieser Welt gibt's ohne Bretter? Geht gar nicht. Die hat doch das Oni-Macaroni-Outfit an, oder was? Ich bin enttäuscht. Enttäuscht vom Entitus, der mir kein Brett schenkte. Was soll denn das? Die andere wird doch gejagt. Einer muss retten. Hm. Wusstest du, dass im Büffelwock da keine Spaghetti drin ist? Kommt jemand zu dir? Nein. Also da unten kommt irgendwer angerannt jetzt. Ja? Okay, gut. Aber die wird angeschnetzelt. Rettet mich nicht. Ich dachte, sie rettet dich. Nein, sie ist doch jetzt geschafft. So. Was kommt denn mit? Oh. Oh, nee, oder? Nimm mich echt noch mal. Nee. Oh, das ist asozial. Boah, das ist eine sehr, sehr faire Killerin. Es kommen gleich runter und rein. Mach mal den Jenner, scherbe ich halt. Ist halt so. Aber dieses Getanne und Getur, das darf man nicht belohnen. Der eine rennt mich, er rennt mich auch nicht. Ach so, da kommt der vorbei. Stimmt, da klebt der am Arsch, deswegen. Oh, oh, der andere Johnny ist auch gleich da und gleich hängen wir alle. Aber ich renne den einen mit. Hast du die eine Zeit? Nö, normal halt. Wieder einen genommen. So, Madame. Ich versuche die andere zu retten, aber ich bin ganz klar. Nee, ich hab sie, ich hab sie. Ach so? Ich hab den anderen versucht. Ich hab den anderen rausgeholt, indem ich extra zur Killerin gerannt bin. Und hab den Hit getankt. Scheiße. Mäuschen. Schluss jetzt. Das wär halt geil gewesen, wenn du das jetzt gefunden hast. Ich muss mich, ich muss mich kratzen. Heilt euch mal. Du bist, du weißt, dass du dich genießen musst. Du musst Jens machen, nur mit der Kiste in der Hand. Zeichen gleich tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Woofuh. Mach' mal gleich mal weiter. Hey, komm, wir haben zwei Jens so schön schnell durchgezogen. Kann ja nicht so schwer sein, jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter durchzuballern. Bist du draußen und machst den Jen? Nee, ich bin drin und mach den Jen, an einem Aufgang. Auf oder aus? An einem Aufgang. Wo die Treppe hochgeht. Ganz woanders, wo du bist. Ah, ich höre dich. Ich sehe dich. Nee, nee, nee. Ach so, wo bist du? Genau über dir. Ach, du bist geheilt. Ich denke die ganze Zeit, du bist einer der anderen. Ja, ich habe was gefunden. Das Ding ist halt... Oh, der ist direkt da hinten. Ich baller mal schnell durch. Du musst nach links laufen. Ich dachte nach oben. Können wir auch machen. Aber gar nicht so schlecht gerade in irgendeiner Vorallt. Alter, die kamen davon. Die hätte bestimmt... Und lässt liegen. Hier ist nix. Ja. Hier ist an. Wir müssen eigentlich im Hof den einen machen. Ich weiß, der ist doof im Hof. Aber es gibt keine andere Wahl. Ja, hier ist auch nix mehr. Wollen wir einfach in den Hof gehen? Ah, der ist hochgeheilt. Ähm, ich gucke jetzt einfach noch hier oben. Oh, meine Glyphe. Nice. Ich will sie auch. Nix da. Boah. Gut, hier ist kein Gen mehr. Wir müssen runter. Ja. Hat sie ihn wieder liegen gelassen? Nee, die andere hat sich dazwischen geworfen. Pass auf. Ich mache hier den Gen minder auf dem Wege. Oh, schlecht. Ich rette. Soll ich mal mitkommen? Nee, du rettest. Soll Johnny be good? Die hat rein. Alter, renn weg. Oder tanken ist auch gut. Ach, weiter. Komm her. Nein. Sie kommen doch gar nicht hin. Nein, die trägt doch. Da, siehste. Der eine hat nämlich extra getankt. Der hat dann noch geliehene Zeit von mir. Oder das normale. Auf jeden Fall hat sie gut hingehalten. Wenn wir jetzt durchbadern, ist die Runde echt nochmal relativ gut offen. Aber den Hof, den schafft man nicht den Gen. Oh, jetzt sind alle wirklich wieder in Ruhe. Könnte gut sein, dass sie zu uns kommt. Ja. Oh, nee, da oben ist sie so. Komm, wir halten den Dude hier. Ja. Komm schnell. Oder wir machen jetzt mit dem Dude hier, äh, Gentile. Schnelle Heil-Action. Meine Güte. So ein scheiß Start für mich und dann doch so spannend. Also ich muss als nächstes auf jeden Fall retten. Ist hier noch ein Gen? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt den Dritt durchballern, wäre eigentlich ganz gut, ne? Leute. Seht ihr was? Okay, dann gehst du hoch. Ich gehe mit ihm mit. Ne, er will auch hinter dir her. Das ist nicht gut, was ihr da macht. Wie sieht es an der Rettungsfront aus? Schlecht. Sie hat mich gleich. Daneben. Der hat ja immer noch einen. Scheiße. Wo sind die, die man retten muss? Alter, ich komme da nicht mehr hin. Irgendwer anderes muss machen. Schaffe ich nicht. Ja, der andere ist da irgendwie, aber. Oh, oh. Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Dann bin ich halt jetzt down. Perfekt. Tank für mich. Okay, aber irgendwie muss ich auch mal durch. Hahaha. Wer ist denn jetzt down? Warum bist denn du down? Warum? Weil ich reingerannt bin. Weil ich reingerannt bin. Verletzt. Ich war doch. Sehr gut. Raus da. Bist du das? Entscheidungsschlag, oder was? Nein, die eine hat geblendet. Alter, richtig geil. Oh Gott, ich bin ja hier in Scheiße. In Scheißhaus. Oh, ich dumme Nuss, ich hänge am Stuhl fest. Aber du kannst ja erst nochmal, hallo, ich machen. Wir können ja jetzt erstmal Jen durchballern. Auf jeden Fall. Okay, wir rennen alle in die Richtung. Finde ich das gut? Leute, wir sollten Jen machen. Was macht ihr da für einen Kack? Keine Ahnung. Sehr gut, hau ab. Ist das ein Diss, weil sie so eine Schweinecamperin war? Boah, gar keine Kärlerin. Soll ich jetzt verteilen? Ich geh runter. Müssen wir runter. Aber wo ist denn ein fucking Jen? Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich muss doch noch drei geben. Was sind denn mehr her? Münstig. Eine Güte. Oh nein. Ich muss eigentlich für dich tanken. Aber du bist ganz woanders. Ich bin am Arsch. Ich bin im Arsch sozusagen. Ja. Das war geil. Ja gut. Habt ihr einen Jen gefahren? Ich finde keinen mehr. Ich weiß nicht mehr wo. Wir waren, ich habe das Gefühl, wir waren in jedem Raum. Es gibt keinen mehr. Das ist jetzt nicht geschehen. Oh nein. Ja, das war einfach Pech. Dafür habe ich aber auch am Anfang der Runde voll auf den Sack gekriegt, was vielleicht in den Umständen ein bisschen auf meine Spielweise zurückzuführen ist. Wäre natürlich geil, wenn ihr jetzt noch durchballert und reinkommen können, aber ich glaube, der ein oder andere wird sein Leben noch lassen müssen. Keiner, ne? Keiner, ne? Keiner, ne? Ne, ist auch einer. Ich weiß es nicht. Jeder rennt an Jens vorbei. Ich weiß nicht wo. Wo überall, wo die Leute langlaufen, ist kein Jen mehr. Oh, da ist er. Hinter dir? Vor dir? Was war da gerade hinter dir? Das war Schwein. Da ist sie bestimmt. Boah, ich jetzt hier rumgeschrien. Das war es. Da rechts wird ein Jen sein, ne? Wo sie da. Deswegen war sie da drin. Sehr gut. Das war aber auch jemand an einem Jen. Ja, aber die wird verfolgt. Oh, verlass'n Sack gekommen. Nein, da ist auch jemand anders am Jen. Wie weit ist'n die? Genau so weit wie du. Shit. Zieht beide durch. Einfach, dass die Jens gleich weit sind. Also er hat jetzt ein Viertel. Du bist minimal hinter ihm, aber die eine versucht hier gut durchzuhalten. Oh, das war knapp. Oh, shit. Jetzt zieh! Du musst ziehen! Auch wenn du liegst, ist egal. Hol die Zeit raus. Scheiße. Er haut ab. Er versucht zu blenden. Alter, der ist voll der Teamplayer. Der ist voll der Teamplayer, der Typ. Jetzt hat er mitbekommen, wird nix. Jetzt geht er doch wieder hoch, soll er in Jen. Sie ist tot. Du hättest am Jen durchziehen müssen. Nein, ich hab daneben gedrückt. Ist egal. Ne, vielleicht doch nicht. Er hat über die Hälfte. Sie wird zu dir kommen. Sie wird zu dir kommen. Warum schreit hier rum? Völlige Panik, ey. Warum siehst du ihn? Weil er verletzt ist, ne? Jo. Machst du es sehr gut. Der hat dreiviertel. Jetzt ist deine Sternstunde. Versteck dich einfach im Schrank. Ne, wahrscheinlich hattest du dir noch denken. Jetzt musst du krach machen. Er ist nämlich sonst... Schafft das nicht. Einmal krach machen. Und jetzt weg da. Scheiße. Er musste loslassen. Da, wo er gerade war, der Jen ist bei 90 Prozent. Scheiße. Aber er wird gesagt, ne, da oben, geht zu ihm. Er ist wirklich fast fertig. Nein, das finde ich doch niemals. Er wird aber sterben. Er wird sterben. Hat er Adrenalin zufällig? Nein. Oh, das war ein Umweg. Okay. Er wurde in Ruhe gelassen. Oh, da machst du aber auch einen hin. Hier ist nichts mehr. Ne, da habe ich schon gezogen. Da rüber. Scheiße. Da war noch ein Brett. Rechts, rechts, rechts. Und dann da rüber. Yay. Jetzt muss er durchziehen. Aber er ist genau über dir. Er findet den Jen nicht mehr. Oh Gott. Moment. Er findet es nicht mehr. Meinst du? Er findet es nicht mehr. Nein, er rennt panisch rum. Und er sieht Jens, aber er dreht immer wieder um. Er hat seinen Jen verloren. Lost, lost on Jen. Oh, nee, er will mich retten. Hm. Auf jeden Fall. Du musst tanken, wenn er jetzt auf den Sack kriegt. Der ist sonst tot. Ich schrei die ganze Zeit. Nehm dir jetzt eine Kischt. Das ist nicht gut, was ihr da macht. Ihr seid in der Sackgasse. Da kommt sie her. Da war ein Jen links neben dir. Ja, das war meiner. Ich kann jetzt hoch zu sein. Er ist bei ihr. Sie ist bei ihm. So rum. Ei. Sehr gut gemacht. Jetzt deine Sternstunde. Zieh durch. Er spielt auf Zeit. Er wird sterben. Er wird verfolgt. Er macht es gut. Wo war sein beschissener Jen? Ja, es sieht alles gleich aus hier. Hier. Ja, aber. Egal. Ja, sehr gut. Er kommt auch hoch. Ich muss mal gucken, irgendwo bei dir. Nee, kommt er gleich. Da. Mit ihr? Ja. 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 Ja, 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 ja. Im Nebenraum jetzt bei dir wahrscheinlich. Er macht noch einen Mini-Loop mit einem Brett in der Mitte. Und sie geht zu dir. Sie geht zu dir. Oh Gott. Na ja, ich hab gedacht, ich schaffe es. Es war nur noch ein Zipfel. Jetzt kannst du Glück haben, wenn sie sich da durchträgt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Krass. So knapp. So knapp. Oh Gott, warum hat er sie einfach dahin gebracht? Lass mich. Oh nee, da ist ja auch ein Haken. Oh. Lass mich. Ich bin hier nicht. Bin hier nicht. Krass. Krass. Spannende Runde. Haben alle sehr gut gekämpft. Auf jeden Fall. Es war auch gutes Teamplay. Ja. Es war richtig krass. Wir haben dich aus der einen Bredouille da rausgeholt. Alter, das war richtig geil. Mich rausgeholt, dich rausgeholt, dann haben wir da was rausgeholt. Das war dann die Gents noch schnell durchgeballert, aber wir haben sie einfach nicht mehr gefunden. Na, bekischt. Die Katze hat es aufgegeben. Sie liegt auf der Couch hinter mir. Ja. Ja, ich war der Schlechteste definitiv. Warst du nicht? Lass das doch. Doch, es war das schwächste Glied in der Runde.